Jochen Ekelnkamp 5. April 2000 in Zeist, Niederlande, ist ein niederländischer Fußballspieler, der für Ajax Amsterdam spielt. Karriere Ekelnkamp begann seine Karriere bei Allmere City und wechselte 2013 zu der Jugendmannschaft von Ajax Amsterdam. Er debütierte am 9. April 2018 in der 1. Divisie für Jung Ajax gegen den FC Den Bosch. Sein Eredivisie-Debüt für Ajax folgte am 19. April 2018 in der Partie gegen den VVV Venlo. Am 10. April 2019 gab er sein Debüt in der Champions League gegen Juventus Turin.